Im Kontrovers-Interview begrüße ich jetzt den CSU-Generalsekretär Markus Blume. Nur 36 Prozent der Bayern würden aktuell CSU wählen. Ihre Partei hat sich früher immer bei 50 plus X gesehen. Wie erklären Sie diesen desaströsen Wert? Naja, Frau Heller, wir müssen natürlich schon die Zeiten sehen, in denen wir uns hier bewegen. Wir kommen von einer Bundestagswahl. Da hatten wir kein schönes Ergebnis. Ganz klar gesagt, etwas weniger als 32 Prozent. Insofern zeigt der Pfeil jetzt bei dieser Umfrage, auch schon bei vorangegangenen, für die CSU wieder nach oben. Aber wir sind natürlich nicht da, wo wir sein wollen. Aber ich darf noch mal kurz zurückblenden. Sie haben das in dem Beitrag ja gerade eben auch getan. Wenn ich mal in die Zeit vor Corona zurückblende, also Bayern-Trend vor zwei Jahren im Januar 2020, dann waren wir exakt bei derselben Zahl. Und insofern sehen Sie, dass diese Corona-Sondereffekte, die es jetzt die letzten zwei Jahre gab, nun einfach weg sind. Und dann nach einer solchen Zeit, mit solchen Einschnitten, mit solchen Belastungen für die Bevölkerung, auch mit einer solchen Zerrissenheit in der Gesellschaft, dann trotzdem da zu stehen, bei einem solchen Ergebnis und mit ganz großem Abstand zu allen anderen Parteien das Vertrauen der Bevölkerung zu genießen, ist etwas, wo man sich nicht ausruhen kann, aber was doch ein gewisses Maß an Mindestvertrauen zeigt. Aber der Wert, der liegt deutlich unter dem schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl, das die CSU je eingefahren hat. 2018. Sollen wir Sie jetzt zum schönen Redner des Jahres nominieren? Nein, aber es ist eine gehörige Portion Realismus in diesen Zeiten notwendig. Schauen Sie sich doch an, in ganz Europa, alle Regierungen kämpfen im Moment, kämpfen mit dem richtigen Corona-Metal. Und es ist faktisch unmöglich, es allen in der Bevölkerung recht zu machen, weil es ganz unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Auch das zeigt ja Ihr Bayern-Trend. Die einen wollen es gerne schärfer, härter, mehr Vorsicht. Aber es zeigt sich immer deutlich, es gibt sehr viel mehr inzwischen, die auch sagen, es ist eigentlich zu viel an Maßnahmen da. Und wir brauchen den anderen Weg, die andere Richtung. Es gibt keine Regierung in der Welt, die mit Corona irgendwie Rückenwind hat. Und ich halte es auch für falsch, denn Corona ist definitiv kein Wahlkampfthema. Offenbar wissen aber viele gar nicht mehr, wofür die CSU eigentlich steht. Sie sind als General ganz nah dran an der Basis. Was bekommen Sie zu hören von den Ortsvorsitzenden? Das ganze Potpourri, die ganze Breite an Betroffenheiten. Wir sind in einer Zeit, wo es ein großes Thema gibt, aber jenseits von Corona dann eben ganz viele kleine Einzelthemen. Und so wie es ganz viele, unendlich viele Einzelschicksale gibt, auch unendlich viele Antworten, die gegeben werden müssen. Und damit ist doch die Marschroute auch klar für die nächste Zeit. Die Landtagswahl ist immer noch relativ weit weg. Das heißt, das Motto für uns in Bayern, einfach gut regieren. Und da werden wir uns voll drauf konzentrieren. Offenbar hat sich vieles angestaut, auch in der Fraktion. Die Aussprache ist erstmal verschoben worden. Söder polarisiert, das haben wir eben im Bayern-Trend gesehen. Gegenüber dem Vorjahr hat er sogar 17 Prozentpunkte eingebüßt bei den Zufriedenheitswerten. Hat er es doch übertrieben mit den Wandlungen? Nimmt man ihm das noch ab? Also der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht sagen, er ist nach wie vor der beliebteste Politiker Bayerns. Und es ist einfach auch eine Frage der Zeit, was man mit was vergleicht. In der Hochzeit von Corona, am Beginn von Corona, Zustimmungswerte von über 90 Prozent. Damals war völlig klar, das sind absolute Ausnahmewerte für die gesamte Politik. Jetzt nach zwei Jahren ist insgesamt Corona-Müdigkeit da. Und es ist unsere Aufgabe als CSU, unseren Volksparteianspruch dann auch wieder deutlich zu machen. Und die Bürger wieder zu versammeln, das ist genau das, was Markus Söder vor einigen Tagen auch formuliert hat. Aber er wird sicherlich nicht zufrieden sein mit diesem Ergebnis der Umfrage. Welche Fehler gehen eigentlich auf Ihr Konto als Generalsekretär? Jeder muss sich prüfen in diesen Zeiten. Und ich würde mal sagen, es gab vielleicht schon einfachere Zeiten, wo man eine Volkspartei durch stürmische See gesteuert hat. Und insofern muss man auch in jeder Zeit neue Antworten geben. Ich darf nochmal den, auch wenn Sie das nicht hören wollen, das merke ich schon, aber ich darf nochmal den Blick auf andere Länder in Europa wenden. Es gibt praktisch keine Partei mehr, die heute mit absoluten Mehrheiten regieren kann. Herr Blome, das haben wir eben schon gehört. Darf ich noch einen anderen Punkt bringen? Aber deswegen ist es trotzdem richtig. Umso anspruchsvoller ist es, die völlig unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen. Lassen Sie sich überraschen, wir werden das bis zur Landtagswahl ein gutes Stück auch noch weiter voranbringen. Sie wollen ja das Team verfeinern, O-Ton-Söder, also das heißt vermutlich das Kabinett umbilden. Funktioniert das dann nach dem Prinzip, Schuld sind immer die anderen? Nein, das hat damit zu tun, dass wir zur Landtagswahl natürlich insgesamt in Bestaufstellung antreten. Dazu gehören Programmfragen, das Profil, die Organisation, die Wahlkampfführung und natürlich auch insgesamt die Mannschaftsaufstellung. Und wenn es Punkte gibt, die man verbessern kann, dann werden wir sie verbessern, weil wir eines dem Freistaat schulden, nämlich gut zu regieren. Und das wollen wir machen. Da geht es nicht um Wahlkampf, sondern bis zum letzten Tag, bis zum Landtagswahltermin, der ja noch ein gutes Stück hin ist, das Beste abliefern. Der Generalsekretär der CSU, Markus Blome, im Kontroversinterview. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.